So, aus aktuellem Anlass sind wir heute mal darauf angesprochen worden, ob wir nicht zwei Texte miteinander vergleichen könnten. Das ist einmal von Eichendorff Entschluss, ein Gedicht, und von Kafka Der plötzliche Spaziergang, eine seiner kurzen Erzählungen. Wenn man sich die beiden Texte hier mal so grob anguckt, dann sieht man hier zwei Vierzeiler, zwei Dreizeiler, also ein Sonett. Hier ein relativ langer Text, den wir nachher mal zerlegen werden. Für uns entscheidend, es sind zwei unterschiedliche Textsorten, auf der einen Seite ein Gedicht, streng geriedert, sprachlich konzentriert, und hier eine kurze Erzählung mit einem sehr speziellen, epischen Erzählfluss, wie wir gleich noch sehen werden. Und wir konzentrieren uns hier auf das Grundsätzliche, nämlich die Intentionalität, die Aussage dieser beiden Texte und den Vergleich, und kümmern uns um jetzt kleine rhetorische und sprachliche Mittel und so weiter nur nebenbei. Das steht für uns nicht im Vordergrund. So, schauen wir uns mal das an. Josef von Eichendorff Entschluss, relativ allgemein. Man weiß nicht, ob das ein plötzlicher Entschluss ist oder viel dahinter steckt oder so. Und dann ist es interessant, gebannt im stillen Kreise sanfter Hügel. Hier also typisch romantische Motive, aber gebannt. Das ist bei Eichendorff und auch bei anderen Romantikern immer ein Zeichen von möglicher Gefahr. Schlingt sich ein Strom von ewig gleichen Tagen. Strom ist auch noch ganz schön, aber ewig gleiche Tage, das ist nicht unbedingt das, was der Romantiker will, wenn er auch Heimat und Ruhe natürlich liebt. Da mag die Brust nicht nach der Ferne fragen und lächelnd senkt die Sehnsucht ihre Flügel. Da merkt man ganz eindeutig, wenn Ferne komplett wegfällt, das ist nicht gut für den Romantiker. Und hier ein bisschen nett formuliert, aber in der Sache natürlich hammerhart, denn die Sehnsucht geht verloren und das ist ein großes Problem natürlich für jeden Romantiker. Dann auch in der zweiten Strophe sofort das Gegenmodell. Viel andere stehen kühn im Rossesbügel, reiten also mutig voran, des Lebens höchste Güter zu erjagen. Und was sie wünschen, müssen sie erst wagen. Ein strenger Geist regiert des Rosses Zügel. Hier sieht man also Aktivität, Aufbruch, Elan. Man möchte etwas machen und man merkt hier schon, hier sind zwei Arten von Romantik. Hier eine vordergründige, sehr und zu stille Romantik. Und hier eine Romantik, die etwas wagt. Das hat viel Ähnlichkeit mit dem Gedicht Frische Fahrt, mit dem wir das nachher auch noch kurz vergleichen können. Und hier sind die höchsten Ziele, werden hier angestrebt. Und Wagen ist dabei. Strenger Geist ist nicht unbedingt romantisch. Wir haben da nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht hier. Rechts ist so, dann sind unsere Stichwörter, die wir auch noch in der Dokumentation dann weiter ausformulieren. Wir würden sagen, der strenge Geist steht hier für Entschlossenheit und nicht für Rationalität. Und dann in den beiden Terzetten wird jetzt die Auflösung des Ganzen geliefert. Nochmal Rückbezug auf die erste Strophe. Was singt ihr lockend so? Lockend ist immer so eine etwas heikle Geschichte. Das können auch gefährliche Lockungen sein. Ihr stillen Matten. Du Heimat. Eigentlich positiv. Mit den Regenbogenbrücken auch positiv. Ihr heitern Bilder, aber harmlos bunte Spiele. Das ist dem Romantiker, zumindest diesem hier, doch wohl zu wenig. Und darum mich fasst der Sturm. Wild ringen Licht und Schatten. Durch Wolkenriss. Aha. Licht kommt. Bricht flammendes Entzücken. Das ist das, was der Romantiker haben möchte. Die hohen Gefühle des Glücks. Und dann das Kommando an das eigene Pferd. Nur zu, mein Ross. Und hier auch. Typisch auch für frische Fahrten. Wir finden noch zum Ziele. Aber das hat noch kein festes Ziel. Entsprechend hier das lyrische Ich. Und insgesamt kann man sagen, also eine Absage an die inaktive Romantik. Die nur stille Romantik. Die hier das Problem hat. Ewig gleiche Tage. Harmlos bunte Spiele. Stattdessen dieses ewig gleiche, haben wir eben schon gesagt. Und gebannt ist eher negativ. Und jetzt gegen Kühen und Wagen. Mutig und auch etwas riskieren. Das ist also das Gedicht von Eichendorff, das einer bestimmten Art von Romantik gegenüber einer anderen klar den Vorzug gibt. Jetzt bei Kafka ist das so, dass wir diesen langen Text zerlegt haben. Insgesamt, das wäre hier, wenn das jetzt klappt, das wäre die 1. Das wäre die 2. Wir lassen mal die falsche Stärke des Schiffes hier. 4 und 5 und gehen mal auf den normalen Schiff jetzt auch zurück. Der plötzliche Spaziergang. Aha, plötzlich. Da kommt schon ein relativ starker Impuls. Dann, jetzt kommt eine endlose Abfolge von Wenn. Wenn man sich am Abend endgültig entschlossen zu haben scheint, zu Hause zu bleiben. Wenn man den Hausrock angezogen hat. Wenn man nach dem Nachtmahl beim beleuchteten Tische sitzt und jene Arbeit oder jenes Spiel vorgenommen hat, nach dessen Beendigung man gewohnheitsmäßig schlafen geht. Wenn draußen ein unfreundliches Wetter ist, welches das Zuhausebleiben selbstverständlich macht. Wenn man jetzt auch schon so lange bei Tisch stillgehalten hat, dass das Weggehen allgemeines Erstaunen hervorrufen müsste. Wenn nun auch das Treppenhaus dunkel und das Haustor gesperrt ist. Typisch für Kafka, das macht er immer wieder ganz gerne. Dass eine endlose Kette von Dingen aufführt, die eigentlich Hindernisse sind. Aus der Normalität heraus, nicht Hinderte für die Normalität, und aus der Normalität heraus, eigentlich spricht alles dafür. Komm, ich habe den Mantel jetzt schon ausgezogen, jetzt bleibe ich hier. Dann aber passiert etwas Besonderes. Und wenn man nun, also ganz harmlose Überleitung, dann aber trotz alledem, ein Schlüsselwort, ein weiterer Schlüssel, plötzliches Unbehagen. Das heißt, das lyrische Ich ist natürlich jetzt nicht, sondern der Erzähler, der in so einer Mannhaltung hier entsprechend ist, der spürt ein plötzliches Unbehagen. Plötzlicher Spaziergang, plötzliches Unbehagen. Und dann den Rock wechselt, sofort straßenmäßig angezogen erscheint, weggehen zu müssen erklärt, es nach kurzem Abschied auch tut, und je nach der Schnelligkeit, mit der man die Wohnungshür zuschlägt, mehr oder weniger Ärger zu hinterlassen glaubt. Das heißt, hier gibt es nicht nur ein plötzliches Unbehagen, nur ein richtiger Aktivitätsausbruch, der hier passiert, und der eben auch Ärger bei den anderen, die damit gerechnet haben, zumindest zu hinterlassen glaubt. Und jetzt passiert etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn man immer noch in derselben Konstruktion, wenn, wenn man sich auf der Gasse wiederfindet, mit Gliedern, die diese schon unerwartete Freiheit, die man ihnen verschafft hat, mit besonderer Beweglichkeit beantworten, wenn man durch diesen einen Entschluss, alle Entschlussfähigkeit in sich gesammelt fühlt, wenn man mit größerer als der gewöhnlichen Bedeutung erkennt, dass man ja mehr Kraft als Bedürfnis hat, die schnellste Veränderung leicht zu bewirken und zu ertragen, und wenn man so die langen Gassen hinläuft. Also für Kafka eine unglaubliche Kaskade positiver Folgen eines einzigen Entschlusses, der aus plötzlichem Unbehagen sich ergeben hat. Und wir haben das hier mal so genannt, eine richtige Vitalisierung erfolgt da. Und auch Elemente von Autonomie, Entschlussfähigkeit, das wird hier im vierten Abschnitt noch deutlicher. Dann, das ist der Zielpunkt, auf den alles zuläuft, dann ist man für diesen Abend gänzlich aus seiner Familie ausgetreten. Aha, austreten ist mehr als mal einen kurzen Spaziergang machen. Die Familie, das ist schon interessant, wie die Familie hier gesehen wird, eher als etwas, was hemmt, hindert und eingrenzt, die ins Wesenlose abschwenkt. Das heißt also auf gut Deutsch, da war auch nicht wirklich etwas in all der Normalität. Während man selbst ganz fest schwarz vor Umrissenheit, schwarz heißt hier deutlich gezeichnet, deutlich erkennbar, die beste Farbe, das man hier, wenn ich hier schwarz verwendet hätte, wäre das viel deutlicher zu erkennen, vor Umrissenheit. Und jetzt hinten die Schenkel schlagend, gewissermaßen als Ausdruck der Entschlossenheit, aber auch der Freude, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, sich zu seiner wahren Gestalt erhebt. Das heißt also auf gut Deutsch, all das hat dazu geführt, dass man aus dieses plötzliche Unbehagen ein rausgerissen hat aus dem falschen Leben und eigentlich in das richtige Leben hineingeführt hat. Und dann für Kafka nicht unbedingt selbstverständlich. Verstärkt wird alles noch, wenn man zu dieser späten Abendzeit einen Freund aufsucht, um nachzusehen, wie es ihm geht. Also hier auch mal nicht Vereinsamung oder so etwas, sondern man hat einen Freund, den kann man aufsuchen und gleichzeitig macht man etwas überaus Menschliches. Man schaut nach, wie es ihm geht. Den Vergleich haben wir hier nur sehr kurz durchgezogen. Das ist ausführlicher auf unserer Homepage, auf der Webseite angegeben, ausgeführt, die wir gleich zeigen werden. Gemeinsam ist beiden Texten Normalität, bannend, sofort am Anfang bei Eichendorf, hier einengend durch die Familie. Bei Eichendorf ist eine faszinierende Gegenwelt der Auslöser. Bei Kafka ein plötzliches Unbehagen und die Freundschaft kommt erst später als Motiv obendrauf. Die Wirkung bei Eichendorf, Bereitschaft in den Sturm hineinzugehen und die Erwartung auch, dass dann das Entzücken kommt, noch belohnt wird dafür. Bei Kafka geht es vor allen Dingen um Befreiung, Selbstbefreiung, also eine der positivsten Geschichten, die es von Kafka überhaupt gibt. Und am Ende hat man sogar die Chance, in seine wahre Gestalt hineinzuwachsen. Das ist sehr ungewöhnlich für Kafka. Und bei Eichendorf haben wir eine eher große äußere Veränderung. Und bei Kafka ist das ein starker, innerlicher Prozess, der hier auch besonders deutlich wird. Wie immer legen wir das Ganze hier ab, auf dieser Seite, die wir hier entsprechend da bei den Infos zum Video unterbringen, die man muss das abtippen. Dort eventuell auch Ergänzungen. Vor allen Dingen haben wir einiges dort sehr viel weiter ausgeführt, als wir es hier kurz vorstellen konnten. Dort eventuell auch dann, falls wir Fehler noch entdecken oder so, hier in dem Video oder noch den korrigieren müssen. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal schnell durchblicken abonniert. Denn es könnte sein, dass das nächste Video nicht nur für die interessant ist, die uns darum gebeten haben, sondern auch für viele andere. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg.